Ich suche eigentlich nach einer Truppe, beziehungsweise ich suche eigentlich mal einen Angriff mit den Superminern. Aber, die heißen gar nicht Superminer, die heißen Supergräber. Supergräber, nicht Superminer, Supergräber. Oder doch Superminer im Englischen dann. Aber die suche ich hier vergeblich im Moment diese Angriffsstrategie oder überhaupt mal eine Strategie mit den Superminern. Und ich will die heute mal probieren. Ich habe sie mal endlich in der Ausbildung, also auch noch nie genommen. Ja, so ab und zu mal in der Klanburg oder so, jetzt für das Event. Aber sonst selber habe ich die noch nicht ausgestattet, beziehungsweise noch nicht benutzt. Und diese Taktik hier, muss ich sagen, von Baba Hüs, gestern Abend, die ist mir auch nicht so ganz geheuer. Also, das ist nicht ganz so mein Ding, mit Mast-Truppen hier so durch die Basis durchzumarschieren. Aber allerdings ist der Baba Hüs auch ein 14er und der Kollege auf der anderen Seite ein 13er. Also, die Dips haben hier in jedem Fall funktioniert. Trotzdem haben wir hier gestern Abend leider verloren und damit habe ich es ganz vergessen. Willkommen zu einer weiteren Folge. Letztendlich ist der Klischof Lenz mit mir, dem Thorsten Jo. Die, wie gesagt, die Miner oder die Superminer, nicht die normalen Miner, sondern die Superminer, die Supergräber, die sucht man hier im Moment noch vergebens. Ich weiß auch gar nicht, woran das liegt, dass die Truppe nicht benutzt wird. Ich meine, sie ist die letzte Super-Truppe, die ins Spiel kam. Und es sagt ja eigentlich schon der Name, das ist eine Super-Truppe. Also, die scheint ja super zu sein, aber vielleicht ist sie gar nicht so super. Denn jede Truppe hat natürlich auch ihre kleinen Nachteile. Und bei den Supergräbern, muss ich aber sagen, sehe ich die Nachteile noch nicht. Vielleicht, weil sie aufbauend den Schaden machen und nicht konstant. Die kleinen Miner machen oder die Tunnelgräber machen, glaube ich, 144 DPS. Konstant. Und der Supergräber macht 200 bis 600, so wie ich es gelesen habe. Das heißt also, der Schaden wird mit der Zeit, je länger er auf ein Gebäude scheinbar rumbohrt, desto höher wird der Schaden und am Ende, das heißt also, wenn er dann kaputt geht oder stirbt oder den virtuellen Tod erlebt, lässt er nochmal so ein kleines Fass fallen. Also, das ist nochmal so eine Spezialfähigkeit. Aber wie gesagt, hier in den Klankriegen habe ich das leider noch nicht gesehen. Und wie gesagt, ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ja, leider wieder verloren. Knappe, knappe, knappe Kiste. Wir haben auch nichts gesehen gestern Abend. Ich war gestern Abend etwas nicht so gut drauf, muss ich mal sagen. Ich hatte das am Tage schon in dem Video gesagt, dass mich gewisse Dinge ziemlich gestört haben. Und das hörte dann hier auch nicht auf. Also, meine Laune hat sich dann im Laufe des Tages extrem verschlechtert. Und so, dass ich mir dann irgendwann abends im Livestream gesagt habe, ich level mal so ein bisschen die kleinen Accounts. War ja auch ganz spaßig, so ein Sechser und ein Neuner mal so ein bisschen zu sehen beim Farm. Und habe dann für mich auf dem anderen Tablet meine Angriffe noch alle gemacht. Das wird aber nicht zur Regel werden. Hier heißt einer Toto, Toto, okay, Toto. Und das soll aber nicht die Regel sein, beziehungsweise das soll auf jeden Fall nicht nochmal in der Form so vorkommen. Wir müssen uns das mal überlegen, wie wir das irgendwie machen. So, dass wir nicht immer drauf warten, dass Angriffe gemacht werden. Denn auch gestern war es so eine Stunde und 40 Minuten, glaube ich, vor Ablauf des Clankrieges. Hatten wir noch, lass mich lügen, zwölf oder vierzehn offene Angriffe. Und ich weiß gar nicht, woran das gelegen hat. Sie wurden dann ja gemacht, auch meine habe ich dann gemacht. Aber dennoch kann das nicht sein, dass sich das so lange hinzieht. Nur weil die Leute vielleicht was im Livestream sehen wollen oder so. Keine Ahnung. Aber wir werden auf jeden Fall wieder was live sehen. Ich muss hier ein bisschen aufpassen mit dem Thorsten, dass ich hier nicht in die Legende rutsche. Denn die Tage war schon jemand da und meinte, er müsste mir, 76 sei es in Ordnung, und meinte, er müsste mir hier so eine heftige Dev reinballern. Ich muss sagen, ich weiß gar nicht, was das zu bedeuten hatte. Aber kann man ja mal machen. Aber trotzdem ärgerlich, dass ich da die Pokale bekommen habe. Denn ruckzuck, ein paar Devs noch mehr, weil noch ein paar irgendwo droppen. Und dann bin ich plötzlich einen Tag in Legende oder zwei. Da weiß ich gar nicht genau, wie das dann läuft und wie ich aus der Nummer dann wieder rauskomme. Nur so an der Stelle ist es natürlich doof, wenn man dann plötzlich hochdefft oder reingedefft wird. Das will ich ja nicht. Ich möchte ja ein bisschen da oben eigentlich bleiben. Und wenn es dann so ist, dann volle ich einfach ein paar Pokale. Was ich mir noch, oder was ich noch in Frage stelle, hier meine Flanke in meiner Farmbase ist, ist natürlich sehr hart umbaut im Moment. Und macht ihr das dann auch, dass ihr so ein bisschen tauscht. Das heißt also, Kanone gegen Kanone gegen Kanone. Wieso geht denn die Kanone da nicht rein? Also, jetzt geht es rein. Okay. Kanone gegen Kanone. Dann habe ich hier unten wenigstens eine, die funktioniert. Und Minenwerfer ist im Ausbau. Der Bogenschützenturm auch. Das heißt also, hier unten Richtung Rathaus bin ich natürlich nicht gut besetzt oder belegt. Im Moment. Und das stört mich so ein... Na, nur so ein kleines bisschen stört mich das nicht so dolle. Aber viele wollen das Rathaus natürlich mitnehmen und den dunklen Pot, der dahinter steht. Na, egal. Ich will euch aber die Superminer zeigen. Ja, hab natürlich jetzt die Armee am Start. Okay, dann verballern wir die eben mal. Sonst wird das nichts mehr mit den Miners, ne? Mit den Supertunnelgräbern und mit der Truppe. Wir nehmen auch gleich den Bohrer mit. Na, das ist ein bisschen lustig. Das muss ich eben mal anders machen, dass ich hier ein Zeppelin bekomme. Das heißt, wir müssen hier eben mal raus. Das ist natürlich immer ärgerlich, wenn man was gebaut hat. Aber kostet ja nichts mehr. Kostet ja zum Glück nichts mehr. Und dann habe ich auf jeden Fall dort zwei. Zwei Bohrer auch gleich. Denn auch den habe ich bisher ganz, ganz wenig gesehen. Also wirklich wenige Leute nehmen das. Und, oh, so eine Base habe ich gestern im Clan-Krieg gemacht. Oder so eine ähnliche Base. Den können wir mal mitnehmen. Das ist ein 14er. Oder, ne, das ist doch schon 15er. Okay, ja, 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 ja. Jetzt dahin, 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 dahin. Okay, der geht raus. Äh, der geht raus. Alles klar. Queen geht aber. Hopp bleibt hoffentlich drin. Im Feld. Aber die kommt nicht an den Adler dran, ne. Kommt leider nicht an den Adler dran. Was natürlich schon ein bisschen sehr ärgerlich ist. Mal gucken, ob der auch nicht. Der kommt auch nicht an den Adler dran. Ah, okay, meine Queen kommt vielleicht doch an den Adler dran. Alles klar. Vielleicht kommt meine Queen doch an den Adler dran. Äh, dass der wenigstens gleich schon mal weg ist. Und. Jups. Das passt. Perfekt. Sehr schön. Hier unten muss ich einmal zünden den World Champion. Den habe ich jetzt auch schon neu, schon neu ausgestattet. Den habe ich auch schon neu ausgestattet. Und. Dann gehen wir hier rein. Den eben umgestellt. Auf da hin. Und dann soll das hier durchgehen. Ich muss mal gucken. Hier unten ist, ist der, ist der Feger so ein bisschen im Weg. Das heißt, der hier, wenn der gleich anfängt, müssen wir in jedem Fall. Wir können aber hier schon mal das Zevelin setzen. Und wir müssen den hier, den müssen wir forsten, oder? Das geht nicht anders. Einmal den Klon geworfen. Und. Ja, die sterben natürlich alle, aber ist nicht so schlimm. Das sieht noch ganz gut aus. Der Monolith ballert da ziemlich hart. Aber wir haben hier ein bisschen Loot geholt. Oh. Wo ist das Dunkle? Nein. Ah, hier der Bohrer. Nö. Kommen wir da wo noch dran? An den Bohrer hier. Da ist noch ein bisschen was zu holen. Ah, jo. Dann haben wir, glaube ich, alles. Aber der Feger. Oh, der Feger. Ai, 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 ai. Ausgerechnet der. Obwohl, der fegt gar nicht, ne? Aber schon aus. Doch, jetzt fegt er wieder. Okay, jetzt hat er eben nicht gefähigt. Und jetzt fegt er wieder. Okay. Aber der Monolith gibt dem Drachen hier alles. Alles klar. Aber dann können wir gleich unsere Miner benutzen. Ich werde mal anfordern, was nimmt man denn sinnvollerweise mit in die Clanburg? Oder welche Clanburg nimmt man eigentlich mit? Das ist die Frage bei den Superminern. Ich weiß es, ich weiß es nämlich wirklich nicht. Nehmen wir Morrocks mit hier. Wir haben neun Schweinereiter dabei. Und wir haben, ja, so ein paar Heiler, ein paar Ballons, zweimal Gift, das brauchen wir nicht. Das machen wir mal so. Glaube ich, dass es etwas besser einmal reicht. Und hier unten nehmen wir gleich noch Zauber mit rein. Ich fordere mal eben an. Ich weiß wirklich im Moment nicht, was man am sinnvollsten nimmt. Jetzt gerade in den Bohrer mit rein, weißt du. In den Bohrer mit rein. Noch einen Bohrer oder nehmen wir ein paar normale Miner mit? Oder nehmen wir noch mehr Hox mit? Hox im Bohrer. Das ist alles gerade so eine Kombi, die mir nicht ganz geheuer ist. Aber ich nehme eine Super Titanin mal mit. Eine Valküre. Und, oder, keine Valküre. Wir nehmen sowas mit hier. Dass wir vielleicht ein bisschen was in der Base frießen können. Und ein Sneaky. So fordern wir das mal. Und wäre nett, wenn ich das bekommen könnte. Noch mal einen kurzen Cut. Bis ich die Truppen bekommen habe. Und dann sehen wir uns zum zweiten Angriff gleich wieder. Ich habe die Suche mal übersprungen. Beziehungsweise ich habe die Suche mal offline gemacht. Und den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit hier. Also erst mal die Queen gesetzt. Ich denke mal, das macht man. Ja, weiß ich nicht. Macht man das? Mit einem Queen Walk oder Queen Charge. Richtung Base in the Middle. Oder macht man das eher mit noch etwas anderem? Na ja, komm, da kannst du nicht gegen. Da kommst du nicht gegen an. Gegen meine Queen hier. Ich mache alles kaputt. Und jetzt geht mein Telefon. So mal ganz schlau. Das ist so. Da gehe ich jetzt aber mal nicht ran. Ausnahmsweise. Und dann haben wir hier unten eine 20er. Okay, das geht auch noch. Nehmen wir mal von da einen Mauerbrecher. Der geht dann nach da in die Base rein. Sehr schick. Jetzt habe ich natürlich schon wieder Not, dass hier natürlich meine Queen nicht reingeht. Und weil natürlich hier zwar, ja, ich wollte eigentlich die Clanbruch haben. Aber gut, da ist ja nichts drin. In Ordnung, wenn da nichts drin ist. Dann gucken wir mal hier, dass wir da noch einen Mauerbruch hinbekommen. Bekommen wir auch. Sehr schön. Jetzt müssen wir nur mal gucken, wie wir die Miner gleich am sinnvollsten spielen. Das ist ein Single Inferno. Ui, 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 ui. Hier gibt es heftig Beschuss, Leute. Hier gibt es heftig Beschuss. Okay. Die geht jetzt nach da. Dann würde ich sagen, wir nehmen hier mal den, den. Könnte auch reingehen, wenn er möchte. Könnte auch reingehen, aber nur, wenn er möchte. Okay. Und dann nehmen wir hier die Tunnel. Wenn das weg ist, nehmen wir hier die Tunnelgräber. Wir nehmen unseren Bohrer mit rein. Worden mit dazu. Und jetzt muss ich, glaube ich, mit den Hox ein bisschen später kommen, weil die Tunnel sind noch ein bisschen langsam. Den nehmen wir hier auch mit drin. Und heilen die mal durch. Okay. Wir heilen die mal durch. Den Boden mal gezündet. Und jetzt müssen wir mal gucken. Die Queen ist noch unten am weiter tänzeln. Da kommen die jetzt mit den Bohrer an den, bei dem King an hier. Das ist natürlich, das ist natürlich nicht so prall. Und ich würde sagen, wir nehmen das hier mal in Fries. Mal gucken. Gar nicht mal schlecht. Gar nicht mal so schlecht die Bohrer hier. Da ist noch die Queen am Start. Die könnte ein bisschen Hilfe gebrauchen. Damit die nicht nach außen gehen, setze ich hier mal schnell Truppen. und den Royal Champion. Ah, den muss ich jetzt noch mal zünden, würde ich sagen. Oh, meine Titanin. Ach ja, ich hatte ja keine schlechte Clanburg. Die Clanburg war nicht übel. Ähm, jo. Leute, die kann man gebrauchen. Was ist mit euch los? Warum nehmen die die unscheinbaren Tunnel hier nicht? Die sind doch gar nicht so schlecht. Queen sollte jetzt allerdings den Scatter hier schaffen. Oh nein. Die Zeit ist um. Wo habe ich denn jetzt so viel Zeit verbaselt? Eieiei. War das okay. Zeitproblem. Aber der Angriff war nicht schlecht. Und es sind ja noch richtig viele Tunnler eben übrig geblieben. Ähm, also die kann man in jedem Fall nehmen. Ich weiß gar nicht, warum ihr die nicht nehmt, Leute. Das muss ja einen Grund haben. Wir bauen die natürlich noch mal nach. Die sind doch gut. Oder sind sie eher zu unscheinbar? Sind sie zu langsam für euch? Sind sie, oder nur weil ihr sie nicht seht, nehmt ihr die jetzt gerade nicht? Es muss ja irgendeinen Grund haben, warum diese Truppe nicht so gern genommen wird. Also es gibt, es gibt ja fast, ich wollte gerade sagen, es gibt ja fast eine Liste von Truppen, die nicht so gerne genommen werden. Dann zählt der Supergräber jetzt mit dazu. Ähm, ich meine, die Supervalkyre und auch überhaupt die Valkyren werden ja sehr, sehr selten genommen in den Angriffen. Die Superlakaien werden auch kaum noch benutzt. Also auch da ist die, ist das so ein bisschen abgerutscht. Ich habe auch lange keinen Superdrachen gesehen. Er ist recht nicht super riesen. Supermagier und Superbogenschützen sieht man natürlich immer in den Blimps. Und die kleinen Truppen da oben sieht man ja auch ab und zu mal entweder in den Clanbogen oder beim Farm. Aber ich hoffe nicht, dass der Supergräber so weit abrutscht. Zehn Stunden habe ich ihn noch. Ähm, ich könnte damit heute Abend mal noch im Klankrieg angreifen. Ähm, denn wir haben noch neun Stunden 21 und ich habe den Gräber noch zehn Stunden 26. Also ich kann da noch eine Stunde mit angreifen. Na, mal gucken, mal sehen. Habt ihr damit schon angegriffen in den Clanbogen? Wenn ja, dann lasst mal einen Daumen hoch und abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Und ich verbleibe dann, würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis dahin, Leute, euer Toto. Plast. Flast. Untertitelung des ZDF, 2020